Syrien ist jetzt wieder fast schon mehr denn je in den Schlagzeilen nach den Giftgasangriffen und da jetzt auch Donald Trump US-Präsident ist. Die Frage ist jetzt, aufgrund dieser beiden großen Ereignisse kann man davon ausgehen, dass die USA ihre Haltung gegenüber dem Syrien-Konflikt ändern wird? Die Frage, was die USA tun werden, ist eine seriös nicht beantwortbare. Erstens haben die USA auch schon unter Barack Obama viel angekündigt, angedroht und es nicht verwirklicht. Donald Trump hat mehr oder weniger das Gegenteil angekündigt, angedroht und jetzt direkt zum ersten Mal, dass die Vereinigten Staaten das direkt getan haben, direkt eine Stellung, einen Flugplatz der Assad-Regierung angegriffen. Beides zeigt, dass also, was vorher ein amerikanischer Präsident angekündigt hat, nicht mit den Daten übereingestimmt hat. In der gegenläufigen Richtung allerdings. Barack Obama hat gedroht, wenn es Giftgasangriffe gibt, wäre eine rote Linie überschritten, dann werden die USA militärisch eingreifen. Es hat Giftgasangriffe gegeben und die USA haben nicht eingegriffen, womit Barack Obama enorm an Glaubwürdigkeit verloren hat. Wenn man etwas androht und es dann nicht macht, wenn er gesagt das eintrifft, dann ist das sehr, sehr schädlich für die Glaubwürdigkeit. Dabei war Barack Obama, sollte man hinzufügen, jene amerikanische Präsident, der bisher meisten Kriege geführt hat. Eine Zählung sagt, er hat nicht weniger als sieben Kriege geführt. Interventionen, wo es amerikanische Truppen oder Waffen direkt zum Einsatz gekommen sind, durch die USA eben. Afghanistan, Syrien, Irak. Es gibt also da eine Reihe solcher Beispiele. Donald Trump, der hat seinen Wahlkampf quasi gegenteilig geführt. Wir mischen uns ohne dies, wir Amerikaner mischen uns ohne dies in viel zu viele Konflikte hinein. Ich sage »America first«, also nur die amerikanischen Interessen sind relevant. Und siehe da, er hat das gebrochen, diese Ankündigung und hat den syrischen Flughafen bombardiert. Das zeigt einerseits, dass Trump zweifellos, also das sieht man aus vielen Details, ein sehr impulsiv handelnder Mensch ist. Das macht ein bisschen, oder das macht besorgt, weil gerade dort, wo mehr oder weniger die Vernichtung der Welt beschlossen werden kann, sollte nicht gerade Impulsivität herrschen. Das zeigt, aber andererseits, man kann es auch positiv sagen, dass Trump offenbar, wenn er und und die Mehrzahl der internationalen Reaktionen im Westen und in aller Welt, also mit Ausnahme von Iran und Russland und Syrien natürlich, haben alle Staaten dieser Welt positiv reagiert oder jedenfalls nicht negativ reagiert. Also es zeigt, man könnte sagen, er ist lernfähig und klebt nicht an einem Prinzip, das er einmal erklärt hat und dabei bleibt es jetzt für vier oder acht Jahre. Wir reden gerade, was solche Konflikthandlungen betrifft, de facto eigentlich immer nur über die USA. Giftgas ist ja schon ein sehr heikles Thema. Kann man denn davon ausgehen, dass da jetzt auch andere Länder vielleicht auch aggressiver vorgehen werden nach solch einer Handlung? Also die Hoffnung, die nicht ganz unbegründete Hoffnung ist eher das Gegenteil, dass wenn die Amerikaner ein Land, die Truppen eines Landes bestrafen, gegen die sie trotz eines schon viele, viele Jahre dauernden Bürgerkriegs nie direkt eingegriffen haben, dann ist das ein Warnsignal für alle anderen Staaten oder kämpfenden Einheiten, dreimal nachzudenken, bevor sie selber Giftgas einsetzen. Also das ist eher mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine Tat, die zur Reduktion der Gefahr von Giftgas einsetzen führt. Übrigens, also hochinteressant, in den beiden Weltkriegen wurde Giftgas massiv im Ersten Weltkrieg eingesetzt, aber überhaupt nicht im Zweiten Weltkrieg, obwohl es ja eindeutig ist, dass, wenn es das im Ersten Weltkrieg schon gegeben hat, das im Zweiten nicht mehr getan, dass im Zweiten Weltkrieg es Giftgas natürlich in jeder Menge gegeben hat, in den Vorräten, beider Kriegsseiten. Aber es ist der Schock, den Giftgasangriffe auszulösen. Auf beiden Seiten war so lehrreich, abschreckend für die Machthaber, für die Generäle, für die Politiker im Zweiten Weltkrieg, die ja alle, in den Ersten Weltkrieg, der ja nur 25 Jahre vor dem Zweiten begonnen hat. Die waren alle schon am Leben und in der Regel als junge Soldaten irgendwo im Einsatz. Und dann als ältere Menschen waren es dann halt in Kommandopositionen. Dass nicht einmal der ja nicht gerade für seine Zurückhaltung und Rechtstreue bekannte Adolf Hitler sie eingesetzt hat, weil auch er hat als Soldat offensichtlich traumatische Erfahrungen mit Giftgas einsetzt und Giftgasopfern erlebt. Also auch er hat so ziemlich alle Regeln gebrochen, aber auch er hat nicht Giftgas eingesetzt, weil er gewusst hat, 24 Stunden später sind dann die deutschen Truppen im Opfer von Giftgasangriffen. Und das war bei einem Krieg. Im Ersten Weltkrieg hat, das klingt unglaublich zynisch, aber es ist höchstwahrscheinlich Tatsache, im Ersten Weltkrieg hat es so viel Menschenmaterial gegeben, weil da waren heute alle Familienkinder im Schnitt zehn Kinder gehabt. Und das sind ja unglaublich menschenvernichtende Schlachten geführt worden, während im Zweiten Weltkrieg zwar manches Mal Hitler auch große Opfer gefordert hat, weil aber sie Stalingrad, wo ein Beispiel verboten hat, rechtzeitigen Rückzug. Aber es sind trotzdem nie so menschenvernichtende Kriegstrategien mehr zur Anwendung gekommen, wie im Ersten Weltkrieg. Und das zeigt, Giftgasangriffe sind natürlich verlockend, weil du viel mehr Gegner vernichten kannst. Aber wenn du selber damit rechnen musst, entweder mit einem Giftgasangriff von der Gegenseite oder wenn die durch eine dritte Seite und die Amerikaner sind nun einmal die weitaus größte militärische Macht auf der Welt, sozusagen ein Weltpolizist, der eine über die Finger klopft, dann ist das, im Zweiten Weltkrieg war es das eindeutig und ist jetzt für die Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit abschreckend. Glaubst du, dass jetzt ein direktes Eingreifen vor Ort der Amerikaner zu einer Konfliktlösung beiträgt? Oder vielleicht, vergleiche Irak oder Afghanistan, der Konflikt erst jetzt eigentlich so richtig beginnt? Also die Amerikaner greifen nicht direkt ein. Sie haben nicht einmal Flugzeuge hingeschickt, sondern Tomahawk-Raketen, Cruise Missiles, die irgendwie nach der Landkarte die Technologie durchschaue ich ja nicht ganz sehr niedrig fliegen können, dass sie nicht einmal vom Radar erfasst werden. Also die Amerikaner werden mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit eigenen Soldaten nach Syrien hineingehen. Damit ist die Gefahr sehr gering, dass das Vergeltungsschläge amerikanische Truppen treffen. Also ich glaube schon, dass eher die Wahrscheinlichkeit auch im Hinblick auf eine baldige Lösung des Syrien-Konflikts gewachsen ist. Denn was ist dort im letzten Kriegsjahr passiert? Da haben durch das Eingreifen der Sowjetunion, die auch nicht mit Bodentruppen oder nicht merkbaren Bodentruppen dort war, aber sehr viel mit Flugzeugen, hat der Krieg eine Wende genommen. Die Assad-Regierung, die immer mehr mit dem Rücken zur Wand gestanden ist, hat wieder Oberwasser bekommen. Sie hat ein paar Städte zurückerobert. Und sie hat gegen alle, die Gegner sind ja unglaublich vielfältig, das ist ja eines der Hauptdefizite der Gegner und viele davon sind ja extreme Islamisten, hat jetzt mehrfach erklärt, er hört nicht auf, bis er ganz Syrien zurückerobert hat. Und das bedeutet nicht nur Besiegung des islamischen Staates, Sieg über den islamischen Staates und diese zahllosen anderen, Al-Nusra, die kaum besser sind und manche, die eher demokratischer sind, aber sehr undurchschaubar vielfältig schillernd. Das bedeutet auch, er will das ganze kurdische Gebiet zurückerobern und dabei sind die Kurden sicher dort das weitaus vernünftigste und stabilste, was es überhaupt im jetzigen Syrien gibt. Sie sind staatsrechtlich nicht anerkannt, aber sie sind ein relativ stabiles Gebiet, was zwar die Türken stört, was die Syrer bisher eher ignoriert haben, weil die haben unmittelbar, also die syrische Regierung hat unmittelbar mit den diversen Radikalen und mehr oder weniger radikalen Gruppen zu tun, aber wenn er das ankündigt, dann ist das ein Krieg, der noch viele Hunderttausende opfert. Und ich glaube, diese Aktion, die völkerrechtswidrig war, also was die Amalganer gemacht haben, einen fremden Staat ohne Erlaubnis des Sicherheitsrats anzugreifen, ist völkerrechtswidrig überhaupt, keine Frage. Nur völkerrechtserlaubt wäre es nur, wenn der UNO-Sicherheitsrat es erlaubt hätte. Dort sitzen aber die Russen mit dem absoluten Vetorecht und die werden nie einen Angriff auf ihren Schützling Syrien erlauben. Das ist alles wahnsinnig verfilzt. Also wie soll ich sagen, dann kannst du nur noch auf die moralisch-ethische Ebene rekurrieren und da glaube ich, dass die Hoffnung sich eher erhöht hat Richtung Lösung, also die Hoffnung, dass es zu keinen weiteren Giftgasangriffen kommt und die Hoffnung, dass das Assad jetzt doch sieht, naja, so ist es ja auch nicht, dass er jetzt wieder alles zurückrollen kann, weil eben die Russen jetzt da doch ein bisschen oder in relativ wichtiger Hinsicht geholfen haben. Ich glaube, es kann nur eine Teilung Syriens, dass es ein kurdisches Gebiet gibt, ein Assad-Gebiet gibt und ein Gebiet, das ja mehr oder weniger unter türkisch-russischem Einfluss, ah nein, nicht russischem, unter türkischem Einfluss gibt, wo die Oppositionsgruppen halbwegs also auch ein Territorium behalten, wo natürlich ein Teil sehr islamistisch sein werden, aber wo der eigentliche islamische Staat, das aller Verbrecher höchste dieser Gruppen, doch ausgeschaltet wird, der ja auch gegen die anderen Oppositionsgruppen zum Teil Krieg geführt hat. Ich glaube, das ist die einzige Hoffnung und ich sehe es dadurch eher näher gerückt als noch verschlechtert die Zukunftsaussichten. Aber eine Gewissheit, wie ein Krieg sich weiterentwickelt, hat es noch in keinem Krieg wirklich gegeben. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at 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 www.andreas-unterberger.at